Im letzten Video habe ich das schlecht bewertete Gaming Setup von ganz Amazon gekauft und für euch getestet. Und heute machen wir genau das Gegenteil. Nämlich habe ich mir das bestbewertete Gaming Setup für genau 500 Euro von Amazon gekauft. Wo unter anderem ein PC, ein Monitor, eine Tastatur und eine Maus dabei ist. Also ganz einfach ein Schritt, wir kaufen es, um es für euch zu testen. Und genau hier haben wir schon das bestbewertete Gaming Setup auf Amazon für unter 500 Euro. Ja okay, wenn wir uns einmal jetzt hier die Verpackung angucken an der Seite. So wie hier an dieser Seite. Kann man schon mal sagen, dass es nicht der bestbewertete Karton ist. Aber ich würde sagen, bei der Karton das schlecht ist, heißt es nicht, dass auch direkt das Setup schlecht ist. Und ich würde sagen, erster Schritt, die Tastatur überhaupt rausnehmen. Also man kann tatsächlich wirklich sagen, es sieht nicht aus wie eine Standard-Büro-Tastatur, sondern ist wirklich relativ leicht und sieht schon ein bisschen Gaming-mäßig aus. Und anhören tut sie sich auch relativ gut. Und packen wir direkt das nächste aus und zwar ist es einmal hier der Monitor. Und ich muss ehrlich sagen, auf den ersten Blick sieht er jetzt nicht besonders gut aus. Also ich muss tatsächlich sagen, der Monitor sieht teilweise schlechter aus als die Monitore, die wir in der Schule bei uns haben. Und ich gehe mal sehr stark davon aus, dass es ein etwas älterer Monitor ist, da er schon gelb ist. Und irgendwie hat der Monitor auch ein bisschen Kacke hier an sich. Denken tut es aber nicht. Bei den Anschlüssen können wir beobachten, dass der Monitor nicht mal ein HDMI- oder ein Display-Port-Anschluss hat. Also wirklich, der Monitor ist extrem alt. Dann haben wir einmal nochmal den Monitor-Fuß. Ja, was soll man sagen? Irgendwie ein standardmäßiger Monitor-Fuß. Dann haben wir nochmal den Stand-Fuß vom Monitor. Wahrscheinlich noch das Monitor-Kabel. Und hier drin soll tatsächlich eine Gaming-Maus sein. Bei den meisten Gaming-Sellers, wie wir so fertig auf Amazon gekauft haben, gab es bisher immer nur so Büro-Tastaturen. Dieses Mal haben wir wirklich eine relativ gute Tastatur bekommen und auch wirklich eine sehr starke Maus. Von der Tastatur und von der Maus bin ich sehr positiv überrascht. Machen wir aber weiter mit dem Wichtigsten in diesem ganzen Paket, nämlich das ist der Gaming-PC. Und ja, dieses Mal ist es auch wirklich ein Gaming-PC und kein Standard-Büro-PC. Zumindest stand das auf Amazon so. Machen wir das gute Teil hier einmal auf. Direkt schon mal positiv aufgefallen, der PC ist überhaupt in Polz eingepackt. Das war tatsächlich beim letzten Mal nicht so. Ey, ich muss sagen, auf den ersten Blick, das erste Mal sieht ein PC, den wir testen, wie ein Gaming-PC aus. Also hat unser Amazon wirklich nicht zu viel versprochen. Und es ist auch der erste PC, den wir bei Amazon kaufen, der direkt eine Grafikkarte verbaut hat. Nämlich ist das hier, die GTX 1650. Und es ist nochmal ein Intel i5-5500 verbaut. 16 GB RAM haben wir beim PC auch direkt drin. Und von den Anschlüssen hin sieht der PC auch schon wirklich gut aus. Also ob das hier ganz... Weiß ich ja nicht wirklich. Vielleicht liegt es aber auch einfach an einer extrem guten Verpackung. Für gerade mal 500 Euro haben wir das gesamte Setup gekauft. Und dieser PC überzeugt mich wirklich dieses Mal. Heimlabs. Maus und das Natur sieht wirklich perfekt aus. Der PC sieht auch super aus. Monitor ist so eine 2 von 10. Aber Aussehen ist natürlich nicht alles, sondern die Leistung zählt. Bevor wir aber direkt in die Runde reingehen, müssen wir überhaupt auslösen, in welchem Modus wir dieses Setup in Fortnite testen. Und es ist tatsächlich Solo-Nobit-Ranked. So, und da sind wir auch schon direkt in-game. Und ich muss sagen, es ist schon crazy auf diesem Monitor zu spielen, weil dieser Monitor einfach eine komplett andere Auflösung hat. Also es ist kein Standard 16 zu 9 Monitor. Sondern es ist wirklich ein bisschen gestretched da irgendwie. Aber in eine komische Richtung. Ihr seht schon, der Monitor ist schon wirklich ein bisschen komisch. Ey, nein, die Maus leckt. Nein. Oh. Let's go. Ah, der Redner ist zum Glück Lost. Let's go, Freunde. Erster und wichtiger Kill. Der Redner ist ja maximal Lost gewesen. Das ist das erste Mal Solo-Nobit-Ranked, was ich hier spiele. Aber im Generein kann ich sagen, es macht schon Spaß hier drauf zu zocken. Also tatsächlich das erste Mal, dass die Tastatur relativ gut ist. Die Maus ist so, naja. Irgendwie der Sensor funktioniert nicht so perfekt. Aber ich muss einfach sagen, es lässt sich schon mal besser spielen als aus den meisten anderen Zellers. Und maybe, maybe ich habe irgendwie das Gefühl, Freunde, dass es die erste gute Runde wird, wo wir tatsächlich First Try and Win holen. So, und wir haben hier direkt den nächsten Redner und das ist auch so ein Lost hier. Und da ist unser Aim wirklich on point. Und wir haben hier auch... Also, was ist das hier gerade für Gegner? Die Runde kann ich ja nur gewinnen. Guckt euch ihn an, Freunde. Das ist wirklich eine 20-Bomb, sage ich euch, wie es ist. Oh mein Gott, ich wollte es gerade bauen. Und man muss sagen, die Leistung des PCs ist wirklich schon stabil. Also, wir haben hier durchgängig 144 FPS. Das Bild ist jetzt nicht so das Beste, aber man kann darauf zocken. Und wir haben hier den 13-Nächsten gegeben und der andere Sniper. Aber das macht uns nicht... Wow. Wo chillen denn die ganzen Camper hier in Solo-Nobit? Guckt euch das an. Wie soll man denn dabei snipen? Ist das crazy. Und maybe auch mal einen No-Scope treffen. Das war es auch nicht, Freunde. Wir wechseln einfach mal auf die R. Ah, perfekt. Der 16-Nächsten hat einfach schon gereicht. Wir müssen ihn mit der Sniper holen, Freunde. Das ist die Challenge jetzt. Let's go. Headshot-Snipe. Wenn der Mulch noch ein bisschen besser wäre, dann hätte man hier wirklich für 500 Euro schon ein sehr, sehr, sehr starkes Head-Up bekommen. Was machen die Gegner denn? Die Team einfach. Jetzt schießen die auf einmal auf sich. Die sind einfach zusammengelaufen, Freunde. Oh mein Gott. Wir werden abgecampt. Aber das Aim ist auch hier wieder da. 110. Oh oh. Ein konfidenter Gegner. Oh 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 oh. Es kracht. Er haut einfach ab. Er haut einfach ab und lässt uns den Nut. Besser kann es nicht laufen. Und reingeslidet. Er hat ihn geholt. Und wir haben ihn geholt. Ist das mal wieder ein gutes Gefühl, eine gute Runde zu spielen. Ach so. Und ganz sicher an alle. Nicht vergessen, das Mausfit, was ihr hier seht und was ihr hier in der Handcam seht. Das ist das EZ-Mausfit. Ist auch wirklich sehr limitiert verfügbar. Erster Link in der Videobeschreibung. Und der nächste Gegner. Kein Headshot-Snipe. Er ist schön geblieben. Okay, wir müssen den Sniper-Shot wieder treffen. Und da ist der Headshot-Snipe. Clean, Freunde. Und er checkt uns nicht. Let's go. Erster Kill. Und du bist auch weg. 14 Kids und 20 noch am Leben. Maybe die 20-Bomb. Perfekt abgestaubt. Und da ist auch der andere. Und den schauen wir jetzt auch nochmal ab. Wenn wir halbwegs okayes Aim hätten. Okay, geil. Wir snipen den. Let's go. Die Hunde sind schon wieder Gegner, Freunde. Wir steigen raus. Wir treffen keinen Headshot-Snipe. Aber wir müssen den auch stauben. Nein. Er ist One-Shot. Bitte staub ihn uns nicht ab. Let's go. Den ersten haben wir. Und den haben wir auch direkt Headshot getroffen. 18 Kids. So, dahin ist einer, Freunde. Vielleicht ein Snipe auf der Entfernung. Und wir treffen auch hier einen Headshot-Snipe. Und der nächste Gegner und der nächste Headshot-Snipe. Nun, Body-Snipe. Schade. Aber jetzt müssen wir ihn bekommen. Und den bekommen wir auch. Und damit haben wir die 20 Kills schon voll, Freunde. Ich müsste 5 Gegner noch holen für einen Kill-Rekord. Das wird ein bisschen schwer. 6 noch am Leben. Ich muss 5 davon holen. Und es fallen hier hinten welche. Es sieht nicht gut aus. Wir müssen einen Headshot-Snipe treffen. Oh nein. Wie kommen wir hier runter, ohne zu sterben? Oh, 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 oh. Oh mein Gott. Ach, Pizza bringt uns nicht mal was. Egal. Wir müssen ihn holen. Es leben nur noch 5 Leute. Egal ob Risiko oder nicht. Wir haben beide geholt, wichtig. Drei Gegner noch am Leben. Ich muss alle Gegner holen. Und hier ist der nächste Gegner. Er will uns auf Entfernung fighten. Der Gegner ist gut. Und nein. Es hört bei 23 Kids auf, Freunde. Das war unser Endgegner. Und kommen wir jetzt noch mal zum Fazit des Ganzen. Und zwar muss man sagen, für 500 Euro war dieses Setup wirklich brillant. Sowohl die Maus als auch die Tessalatur haben wirklich perfekte Leistungen abgeliefert. Der Monitor war schon wie zu erwarten wirklich nicht der Beste. Und der PC hat wirklich eine extrem gute Leistung abgeliefert. Bei der Rest aber natürlich nicht jetzt den Kanal zu abonnieren, das Video zu lassen und sich auch zu aktivieren, um kein Wahres Video zu verpassen. Und genau hier findet ihr das Video, wo ich das schlecht bewertete Amazon Gaming Setup teste. Also klickt drauf.